hey leute da ich dringend mein deck aufwerten muss dachte ich mir ich mache so ein kleines special video wo wir ein paar vierfach legends machen und legendarix ich habe mal fleißig embersores versucht zu farmen und habe mir zusätzlich auch noch dieses angebot im shop gekauft mit diesen 40 embersores für 90 genau dass er mit zweimal dreimal gekauft jetzt kann ich endlich legendarix machen der mein deck super aufwerten wird mit dem engelbuff aber dann endlich doppelschlag bekommt zuerst es reicht natürlich nicht dass ich nachher alle karten auch noch voll aufwerte aber wir fusionieren sie verkauft noch mal vierfach endlich gehen wir mal mit die mir oder herr so krass erklärte das wird eine deck aufwertung mächtigen alle engel 3 das ist einfach zu sein wahnsinn schild 7 nämlich sehr gerne dazu echt genial echt gehen ja einer meiner lieblings engel zurzeit und haben wir noch diese hübsche dame ich bin auch sehr viele sehr viele top spieler vier fach ich im letzten gilt war auch gesehen diesen sehr vielen pay to win tax die wir doch einfach krass mit verhexen alle drei und abschöpfen acht wenn nur zwei verzeugung ich habe so eine ohne drin aber abschöpfen 6 wäre auch schon krass und ist einfach nur gut dann werden wir noch endlich mal einen buy long fusionieren er sieht optisch so cool aus es ist rot und ich stehe auf dunkle karten das ist echt genial so ein schönes artwerk natürlich vor auf gewertet richtig hart kann mit berserk 5 der beginnt schon mit 10 angriff ich stehe vor auf die karte wird zurzeit wahrscheinlich leider nicht in mein deck können weil eben drei verzögerung der keine banzerung hat und gar nichts ich finde schon geil vielleicht gehen ich doch mal sehen jetzt kann man zu dem kurs denn eigentlich endlich narex in mein deck kann nach mir legend sehr schön legend oh ja seit er endlich doppel schlag die herr wird abgeben was ich bei narex vor allem noch machen will ist warum bei narex eine frostbreath runde es ist so die ersten paar runden ist frostbreath viel stärker als berserk und bis berserk besser wird als frostbreath bei ihm ist das spiel schon vorbei oder er ist tot also am besten packt eine frostbreath runde rein oder eine lebensrunde ist auch super kann ich auch empfehlen berserk ja kann man machen aber frostbreath ist einfach stärker auf ihn deswegen haben wir diese runde extra aufgespart die haben wir jetzt noch rein damit glänzt da auch natürlich noch viel schöner rum ich bin ein klicken da oder er wird so cool kommt das spiel hat gleich voll rein oder ab ist mündlich wird es ein ewig da mal das kostet 3000 immer so ist und der hat das dass wir sich ziehen aber jetzt kann ich endlich meine karten reinpacken wie gesagt bei long weiß ich noch nicht narex kommen auf jeden fall rein und was ich mir schon hinterrücks gebastelt habe als so kleinen ersatz dieser engel noch mag so ist das deck jetzt zur zeit den werde ich noch vierfach machen den unbedingt noch vierfach vielleicht packe ich ihn auch ein zweites mal ins deck als zweifach aber da bin ich noch sehr unschlüssig weil die vergeltenden sind einfach super gegen die engel mit doppelschlag ja die muss unbedingt noch vierfach werden eine der besten engel überhaupt ja sonst ist er auch schon vierfach eigentlich also es sieht echt schon cool aus wie gesagt ich muss ihn noch aufrüsten so weiter da fehlt jetzt noch so staub naja es wird es wird auf jeden fall vor allem legend narex ist ein traum vor allem ein drache und ich stehe auf drachen habe jetzt leider nur zwei drei drachen im deck aber mein drach im deck ist unterwegs es wird und wird kann ich euch mal zeigen im nächsten video vielleicht welche drachen ich so am leveln will fusionieren und in mein deck packen mein zweites aber da sehen wir uns dann an das muss ein kleines abo special machen können wir vielleicht einmal q&a machen mal sehen das richtige abo special was als kleines finde ich das recht cool mal den letzten vierfach zu machen ist immer schön anzusehen finde ich vor allem mich freut es ich werde mal versuchen vielleicht kriege ich noch buy long ins deck es wäre schon schön auf allem ich habe jetzt da noch den vierfach rum liegen und den es wird wirklich schon mit den legends es freut mich sehr also dann leute bis zum nächsten mal ciao ciao ciao